Wenn Sie diesen Text so lesen, wie Sie es gerade sehen, verschwommen, doppelt, springende Buchstaben, dann könnte Visualtraining das Richtige für Sie sein. Wenn Ihnen beim Autofahren oder Schifffahren schlecht wird, kann das daran liegen. Achtung, passen Sie auf! Schauen Sie Sarah an. Sarah hat Probleme mit dem beiseugigen Sehen, deswegen benutzt sie beim Lesen grundsätzlich den Finger, damit sie nicht in den Zeilen springt oder Dinge überliest, die wichtig wären. Außerdem kann sie gar nicht lange genug lesen. Sie bekommt sehr schnell müde Augen, Kopfschmerzen und ihre Konzentration lässt dementsprechend ganz schnell nach. Sarah macht hier die Übung Buchstabenjagen, um die Blicksteuerung des Auges zu verbessern. Sie trainiert dabei nur mit ihrem rechten Auge, um rechts und links das Gleichgewicht herzustellen. Dabei geht es darum, den Blick gezielt zu führen und auch nach Geschwindigkeit das Alphabet der Reihe nach anzuklicken. Das ist ein Trainingsmodell, um zu trainieren, sich auf ein Ziel zu konzentrieren und trotzdem wahrzunehmen, was in den Randbereichen passiert, um zum Beispiel einem Mitspieler einen Ball zuzuspielen und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ansonsten, unsere Train Your Eye-Specialist, auch ein Full Refraction, um die vollen Diagnose des Patienten zu finden. Visual Training ist mehrfach wissenschaftlich bewiesen und in vielen Ländern bereits Standard. Train Your Eyes ist ein tausendfach bewährtes Trainingssystem, in dem speziell ausgebildete Trainer den Kunden bei seinen Übungen unterstützen und ihm so die Sicherheit geben, dass ein Training wirksam und sinnvoll ist. Train Your Eyes